So, Augen aufhalten auf MSWs. Die sollen wohl hier was hingefahren haben. Angeblich. Ja, fährt voraus, fährt voraus. Da vorne leucht es. Oh, Vorsicht. AT auf 11. Da kann ich zielen. Ich habe ihn unterdrückt. Ich habe ihn unterdrückt. Ich mache ihn unterdrückt. Und jetzt links. Seht denn einer? Noch nicht. Nö. Wo ist der Panzer da? Wo ist der Panzer da? Wo ist der Panzer angefahren? Die Richtung. Die Richtung. Die Richtung. Die Straße runter. Okay. Ah, ich sehe den Turm. Da vor uns. Ah, ich sehe den Turm glaube ich. Ist der, der ist der noch vor uns, oder? Ja, da ist er doch. Schön, kannst halten. Soll ich hinterher fahren? Warte noch Sehr gut Jetzt vorrücken, vorrücken Ah fuck Könnt ihr uns vielleicht helfen? Squad 6 da Mein Gott, wie verhält denn der aus? Geil, wir schießen so lange drauf, bis er kommt Mir reißt er langsam Oh, der schießt doch Ja, aber der dürfte jetzt durch sein Irgendwas hat auf jeden Fall gefunkt, oder? Gerade bei dem Schuss Ja, die steigen aus Ja, die steigen auch aus, der brennt Auf jeden Fall, auf jeden Fall Ich steig mal aus zum Reparieren Ich hab die Infanterie hier Panzer, Panzer, Panzer Mark voraus Drehen, 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 drehen Wie drehen? Turm, Turm, Turm Ist ein Panzer Ich weiß nicht, was das für einer ist, bleib in Bewegung Stopp, stopp, ne, ne, bleib stehen, bleib stehen Ist ein Panther Ja, ich seh ihn auch Ja, der zieht uns auch Ja, der kommt vor Oh, da Er dreht auf uns ein Motor an und rückwärts weg Motor an und rückwärts weg Ist abgeprallt Schmeiß Rauch, wenn du Rauch hast Schmeiß Ja Könntest du auch aufschießen Oh, rechte Kette weg Stopp Egal, wir kämpfen jetzt bis zum Schluss Treff Bescheiden Besetzt macht er noch keinen Schaden Treff Atela ist auch dran, Atela ist auch dran Aber ich mach auch keinen Schaden Ja, schieß einfach weiter auf den Tor Ja, ich mach Ich steig raus, Reparier Ich muss in so eine Lücke zwischen den Bäumen schießen Er prallt ab Ja, er prallt ab, WC bei uns Er brennt Motor an Er brennt, er brennt, er brennt Schön gemacht Bleib zu, bleib zu, bleib zu Wir brennen aus So, wir sind tot Arsch Ja, Vorsicht Schön gefahren Schönen links Schön Bleib zu stehen, bleib zu stehen Schön irgendwo Außen Panther Nee, nee, warum fährst du denn? Ah, ich wollte um ihn Gib Gas Ja, wie soll ich jetzt treffen? Gib Gas Nach rechts, nach rechts Jawoll Schön Schön Schön, Mika, schön Motor raus Schön weiter Weiter, weiter, weiter rum Ah, der ist tot Der ist platt Der ist platt Schön, weg hier, weg hier, weg hier, weg Ach, der Dorf funktioniert am Ende Ja, sorry, Manu Alles gut Ich kenn das, ich kenn das von dem Kennst du die Sachen? Der macht auch immer so Sachen auf eigene Faust Und dann gehen wir immer drauf Wir müssen reparieren Ja, wie hat es denn Glück, muss ich sagen Dass der nichts rausgenommen hat Trotzdem, sorry Ja, fahren wir zum Main Trotzdem Ja, ich muss zugeben Dieses Spiel stresst mich in letzter Zeit So arg Mit den Munitions-Bugs Und Baum-Bugs Und Bug hier, Bug da Mit Panzern Dass mich so eine Panzerfahrt echt super stresst Ich steig ein Und bin direkt auf 180 Oh, langsamer, langsamer, langsamer Langsamer, langsamer, langsamer Oh, mein Gott Oh, mein Gott Das war der dritte Gang Das war der dritte Gang Ich konnte nicht lenken Der Panzer halt Oh, der andere Panzer kommt jetzt vom Norden runter gleich Da laufen Da ist irgendwo das Rallye Ja, ich sehe Ich sehe das Rallye nicht Phasen Ich sehe das Rallye nicht Ich sehe das Ill控 hissierore Zum Dr. Untertitel literally Oh, wer das war Ich sehe das Ich sehe das Bist Ich sehe das Ich sehe das Keep roll Dies Ich sehe die Ich sehe das Für Ja, da war ein Panzer, ich seh'n nicht. Er ist hinter dem Gebäude. Ist der hinter dem Bross, ja. Und dahinter, da ist ganz viel Infanterie. Der Panzer ist hinter dem... Der Panzer ist direkt auf 12.10. Ja, ja, genau. Der ist hinter dem Gebäude. Ich hab' den Blas gesehen. Juhu, der schießt hinten und vorne. Der schießt ja eh, der schießt ja eh. Wir könnten vorfahren und versuchen, ihn zu knacken. Komm, ich muss gerne. Umladen, APDS und los. Ist schon umgeladen. Einfach gerade fangen. Gerade fangen, gerade fangen, gerade fangen, gerade fangen. Und stopp. Rückwärtsgang schonmal anlegen. Ich bin tot, ich bin tot, egal. 4K ist Romano. Und rückwärts weg, rückwärts weg, rückwärts weg. 9, 20, 20, anpassen. Der schießt nicht zurück. Ja, doch, schießt ja. Ja, schön gerade rückwärts fahren. Ist zerstört. Ist durch. Schönes Ding. Dreh und rückwärts weg. Warte, 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 jetzt hier rechts. Der war links von uns. Bei 04 ist ein Panzer. Da, grade aus ist er. Da, grade aus ist er grad. Stop, stop stop stop. Stop. Es kommt da hinten oder so, es kommt da wo der Marker ist. Ja, da hat auf jeden Fall noch was gespielt. Ich seh den nicht. Jetzt sehe ich ihn. Recht. Oh, schöner. Ah, da kommt, mal 61 ist wohl ein Tiger. Den haben wir auch, oder? Ist weg. Wart nur. Da steht ne Funker vor uns. 12 Uhr. Zwei Gegner. Äh, unserem Panzersquat helfen. Unser Panzersquat helfen. Hihi laden, alles reinwerfen. Alles rein klatschen. Leben überhaupt noch. Der Panzer ist leer. 3 Uhr ist Gegner. Zwei Gegner, 3 Uhr. Los, das ist ein Funker. Ja, hier, ich will sein. So, wir sollten hier weg, 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 weg. Geradeaus, weiter, ja. Da ist der Pio. Da ist der Pio. Gehen ab, der ist weg. Wir müssen ja auch was zum Spawn haben. Links, rechts. Fahr mal rechts hoch. Jetzt können wir schneller mit dem Panzer, ne? Ja. Weiter, weiterfahren, weiterfahren, weiterfahren. Die nächste links, bitte. Die nächste links, bitte. Die nächste links. Äh, Panzer genau auf der Kreuzung. Da ist er, links, rechts, 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 rechts. Da fährt er, rechts. Treffer. Motor raus, glaube ich. No. Bleib so, bleib so, bleib so, bleib so, bleib so. Da hinten fährt er. Ja, der ist tot, oder? Die Marke. Jawohl, Treffer. Ja. Er ist raus, er ist raus. Er ist raus, er ist raus. Aber es war immer kein Panther, ne? Rechts, oder? Drei Uhr. Drei Uhr fährt er, ja. Der andere Straße parallel, Richtung Süden. Den siehst du vielleicht gleich durch'm Wald. Ja, aber durch'm Wald kann ich nicht schießen. Hört sich an wie Pazza 4. Sollen wir hinterher fahren? Also, hinter uns ist einer. Er ist rechts von uns, direkt bei der Straße. Ah, ich seh ihn, ich seh ihn. Warte, warte, warte. Warte, warte, nix machen. Nix machen, nix machen, nix machen. Stopp, 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 stopp. Stopp, 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 stopp. Mika, der muss sitzen. Mika, der muss sitzen. Ah, ich hab keine Munition mehr. Aber er weiß nicht, wo wir sind. Aber er weiß nicht, wo wir sind. Der Tiger rett zurück. Ja, ich hab's vergessen, umzuladen. Was macht der? Ist doch egal, was der macht. Oh, jetzt hat er den Hintern. Der weiß nicht, wo wir sind. Du hast die Kette gezogen und die Kanone, alles gut. Ganz entspannt. Der kann nix machen. Ist durch. Sollen wir zur südlichen Pop cruisen? Ja, wir müssen auch nur gezündigen. Ich hab keinen DS mehr. Das ist der KT, Skywalker. Dein Job, Mann. Links. Irgendwo links soll der sein. Front, Front, Front. Da ist er doch, Panzer 4. Da ist er doch, Panzer 4. Weiter, weiter, weiter. Jawohl, der brennt. So. Das ist er weg. KT steht immer noch 39. Die Crew weiß, glaube ich, nicht, was... Alles klar, den Obo. Wanne müsste Norden sein, kann ich nicht sehen. Turm dreht immer noch in alle Rechner. Da hat ein Fahrzeug voraus. Das könnte unser gewesen sein. Verbündet vermutlich. Langsam, langsam, langsam. Der ist hier gleich ums Eck. Der steht hier halt auf so nem Weg mitten im Wald. Er ist immobilisiert, kann aber noch schießen, ne? Also, wenn ihr von Norden kommt, habt ihr die Hülle halt. Perfekt zu euch. Jaja, der Turm guckt richten grad. Turm guckt Richtung Süden. Du musst auf den Turm gehen. Hülle kommt nicht durch. Setz nen Attack auf mich. Der dreht auf euch ein. Der dreht auf euch ein. Ein Stück zurück, ein Stück zurück. Mika, tu was. Treffer. Treffer auf jeden Fall. Hau ab. Atomfront, der Atomfront. Hau ab, hau ab. Er hat ne Kette raus. Werf ne Bombe. Bombe wird rausgeworfen. Bombe wird rausgeworfen. Wir brennen aus. Scheiße. Es tut mir ja leid. Ich kenn das ja von der anderen Seite her. Wenn man ständig von der Infanterie rausgenommen wird. Danke. Sieh schön, danke. GG. Oh, ich glaub ich hab da was getötet. Wo? Hä? Bei mir sagt's ein Headshot, aber keine Kills und keine Wounds. Was, was, wie kann ich das verstehen? Die Statistik ist komplett am Arten. Hat nicht gereicht. Die kannst du vergessen bei uns. Du hast nen Hals. Du bist einfach so schlecht. Aus. Ab. 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 Ab.